Aber Henriette sieht echt gut aus hier. Henriette, du gibst mir den Cent auf den Sack. Dafür sieht er. Der Wagen ist nicht mehr ganz so frisch, wir sollten ihn austauschen. Gegen ein Flugzeug? Ja. Hast du Bock? Das ist ein Einsitzer, oder? Aua. Wir werden es austesten. Vielleicht sind es zwei Sitze. Nein, das ist ein Einsitzer. Ja. Ja. Aber. Oh, warte, nein. Er kann irgendwas tun. Oh ja, ich sitze drin. Aua. Okay, dann fliegst du mit dem, ich nehme das, ich nehme hier, irgendwo war doch noch ein Flugzeug. Aber ich fliege kurz. Ich weiß nicht, was du willst. Guck mal hier. Ich habe mir zwar in die Hose gekackt, aber. Alter. Alter. Oh Gott. Tipping weg. Tipping weg. Ah, drück. 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 Kneift zusammen. Da vorne ist dein Klo. Kneift zusammen. Ich muss kacken. Der guckt schon raus. Der winkt schon. Wenn ich jetzt hinfalle, mal alter Stift. Jetzt schüttel ich's aus dem Bein raus. Was ist das für ein geiler Bus? Hallo? Oh, schöner Bus. Wie springt der? Er springt nicht elevitiert. Alter Schwede. Hallo, kann ich den Bus fahren? Da kam Zug. Das war Lukas, die Lokomotive. Da, ich seh'n weglaufen. Herr Detective, ich habe jemanden gefunden. Herr Detective. Ich bin zu. Herr Detective. Au. Bist du irre? Alter. Hau ab. Bleib ruhig. Ich bin unschuldig. Wannst du? Da haut der mir erst mal das Leben runter. Herr Detective. Herr Detective. Was stimmt mit dir? Der Detective liegt doch hier. Hier, der ist tot. Alter. Mann, ich hör auf. Halt, stopp. Nochmal daran, Dani. Es ist Dom. Es ist Dom. Ich lebe noch. Ja, okay. Dom ist da hinten. Der kommt doch nicht raus. Ja eben. Das war ja doch ein bisschen sauer gewesen. Ach, und mich schießwütig nennen. So, Pornotitel. Ausgedacht. Wollt uns die Gewichsweiber spielen mit Wichtelpimmeln. Ist das irgendwie eine Kombination zwischen Mainz und von Ponat? Ja, wie das Rudeln Teil 3. Wichsberg, Heidi und das Weihnachtswunder. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der ist auch gut. Das ist so realistisch, ey. Dread Pit in Bikini, Alter. Sarah, Sarah. Sarah, Sarah. Sarah, 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 Sarah. Sarah, 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 Sarah Nein, ich hab ihn erschossen, weil er mit Absicht immer unser Experiment verkackt hat. Thomas, meinst du, der kann reiten? Patti, geh nach Hause. Das sah aber nicht nach Reiter aus. Man nennt sich doch Bastian Schweinsteiger. Es ist gleichermaßen faszinierend, wie es verstörend ist. Es ist wie ein Verkehrsunfall. Man soll nicht hinschauen, aber man muss. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Oh. Was ist das? Oh Gott! Ich hab meine Arme gebrochen! Hehehehe. Time a touch base. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Hehehehe. Hehehehe. Kinne, Kinne. Hehehehe. Hehehehe. Der Tag kommt von mir hoch. Hehehehe. Ohoho. Ohoho. Bleib stehen! Wie kann ich meine Beine wieder aktivieren? Hehehehe. 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 Zahl tut da etwas, von dem ich denke, dass das nicht gut ist. Er streichelt mich mit einem Schwert! Ich weiß nicht mal, wie wir den Arm rauf und runter bewegen. Aua! Der hat mich getötet! Oh Gott! Oh Gott! Ich sterbe, ich sterbe, das geht! Hallo! Hallo! So, ich fahr weiter! Hallo! Könnten Sie, ich hatte einen Unfall! Hallo! Wie ist da ein kleines Malheur passiert? Was machst du da? Wolltest du mir aufs Gesicht kacken oder versuchst du deinen Helm wieder aufzuheben? Guck mal, ich leck den Boden! Lecker Erde! Nein! No, 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 no! Peter! Peter! Peter hast du ein Glück, dass ich gerade hier bin? Peter! Nimm mal den Fuß von der Bremse! Peter! Peter, was machst du? Hallo, Peter! Peter! dein bus klemmt peter peter wenn du die bremse drin hast kann ich nicht fahren hier wollte ich gerade wegvögeln hier mensch endlich mal einer der nicht wusste von wo ich ich will nicht ich will weg Stopp, da kommt er gleich. Ja, 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 du liest gut. Oben, oben ist er drauf. Ja, nicht so hoch. Nicht so hoch. Ja, da war ich. Hau den hast. Habe ich. Da, ich sehe ihn hüpfen. Ich sehe ihn hüpfen. Mach ihn weg. Ich bin Panikschütze. Links. Links. Ja. Ich bin der schlechteste Observer. Da ist alles frei. So, stopp, stopp. Von links kommt er gleich. Ja, da, da, nee. Ja, ja. Ja. Du warst in der Letztung, hast die erste Runde gewonnen. Was für ein epischer Kampf. Du feuerst, Paul, du bist ja ganz... Das Hammer war ich. Jetzt müssen wir erst in Richtung Roststock fahren. Oh, warte. Das könnte funktionieren. Ja. Ich bin doch ein guter Busfahrer. Einen Moment, bitte. Ich bin gleich weg. Moment. Wir haben es gleich. Eine Wendung noch. Wenden in drei Zügen. Einen Moment, bitte. Kurzgeduld. Ihr Busfahrer ist gleich weg. Hier. Halt. Stopp. Hier, wenn die ich. Oh, äh, Entschuldigung. Ich bin, ich, ich, ich fahre gleich weit her. Ich habe den Job noch nicht so lange. Danke. So, jetzt fahren wir Richtung Hamburg. Wir hatten noch irgendwo ein Tempomat. Oh. Hallo? Ich habe... Wie ist da ein kleines Malheur passiert? Hallo? Ich glaube, ich hatte einen Unfall. Hallo? Hallo? Können Sie mir bitte mal helfen? Ich, 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 ich weiß nicht mal, wo ich hingucken soll. Selbst wenn ich es würde, es passiert nichts. Troffer! Ich habe nicht getroffen. Du bist tot. Du hast verloren. Gib mir mal eine Pistole zu Hause. Nein! Nein! Oh mein Gott! Komm her, Schnucki. Ich weiß nicht, wie ich es schießt. Ich weiß nicht, wie ich es schießt. Schnucki, lauf nicht weg. Setz dich. Ich glaube, ich bin eine Nutte. Ich hatte Sex mit der Axt und wurde dann missbraut auf den Tisch gelegt. Das kann ich so nicht. Ich muss da runter von dem Tisch. Hilfe! Hilfe! Ich hänge mein Klo im Fuss! So, jetzt verpiedeln wir uns hier. Weg, 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 weg. Oh! Äh. Äh. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur den Wolf töten, aber ich war einfach zu krass. Ups. Ups. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einige Leute, die den ganzen Tag beruflich Bagger fahren, kommen nach Hause und denken sich, oh, Alter, jetzt auf dem PC nochmal so ein Loch ausheben. Alter, das macht doch keiner. Oh, nein! Oh! Oh! Wer weiß? Flixbus-Fahrer spielen vielleicht Flixbus-Simulator. Alter, das wäre der Hammer, oder? Was? Was? Was rauche ich? Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Was machst du? Ich weiß nicht, was der Bagger hier macht. Nein! 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 Wie auf einer echten deutschen Poste. Das ist so edelndig. Brückenbagger. Hallo! Wir sind ein kleines Mal lösen! Ich weiß nicht, was ich bin. Wann ich muss nicht vor spielen? Ich weiß nicht, was ich bin. Wir sind ein kleines Mal lösen! Ich weiß nicht, was ich bin. Mensch, Habe! Guck mal! Guck mal, Habe! Da bleibt doch! Oh, da soll ich ein Loch baggern. Oh. Äh. So, versuchen wir uns jetzt mal hier aus Verzweiflung mal irgendwie... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir haben irgendwas getan, was nicht gut war. Hallo, ich bin User68159. Die macht doch bestimmt auch gleich wieder hier den. Zungen-Move, ey. Ja. Aber sie hat nicht einen Zungen-Move gemacht, dass das... Aber er, hier, Alter. Die bringt hin, Alter. Irgendwie. Oh Gott, irgendwie. 60 Minuten gebuckelt. Ja, geil. Oh, ja. Geschafft. Ich bin der Meister. Tal, wenn du das gleich siehst, das war der Meister-Move, Alter. Der Break, jetzt baggert es da sich raus. Alter. Der, ich glaube, der wird von weinenden Kindern angetrieben, der Gabelstabler. Hast du das nicht gehört, geil? Er hat doch keinen Ton, Jan. Ja, die musst du auch machen, den Ton. Das klingt wie von den Kindern, Alter. Oh, das klingt echt schrecklich. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Ja, warum liegt der Scheiß hier eigentlich? Oh, Scheiße. Ich habe überhaupt irgendwas gebacken hier. Das Schlimme ist, manchmal geht das nicht mit Hoch- und Runterfahren und sowas. Oh, da kann ich ausrasten, ne? Brauchst du mehr Kinderkraft? Was ist jetzt los? Drei Tage später. Das ist so elendig. Vier bis sechs Wochen später. Oh, Scheiße, unseren LKW verkeilscht. So, ich bin Verlademeister, Alter. Wenn das mein Bruder sehen wird. Roterfallen kann die Ladung auch nicht. So. Ich glaube, sie braucht eine Ölbremse. Was? Drei Genesen namens Yu-Kyu. Yu-Kyu wollten nach Amerika auswandern. Um sich anzupassen, änderten sie ihren Namen. Ja, nannte sich Yu-Kyu, nannte sich Yu-Kyu, ging zurück nach China. Scheiße. Jetzt habe ich in den Chat geguckt. Ich habe da ein kleines Problem. Hallo, wie ist da ein Verlöhr passiert? Ja. Guck mal, was auf dem Nummer steht. F.U. Der ist doch wieder zurückgegangen nach China. Hier, ich muss hier Auto konfitrieren. Scheiße, das geht nicht. F.U. 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 Okay. Wir fahren jetzt mit dem Bagger dahin und dann retten wir unseren Kipper. Ich reife durch die ganze Welt. Schau mir die Welt mal an. Ich fahre auf der Route 66 und halte überall mal an. Ich war schon hier und dort, muss meine Freiheit haben. Will ungebunden sein. Ich lass mich nicht versklaven. Egal wie schön's in anderen Ländern ist. Wir wurden wie gewohnt. Wir wollen wie hier sein. Zuhause ist es doch immer am schönsten. Denn zuhause ist zuhause, ist mein Heim. In China, Chile und Chicago. Italien, Frankreich und Athen. Ich fahre durch die ganze Welt. Ich habe schon fast alles gesehen. Ich bin überall und irgendwo, es ist mir scheißegal That's my life, it's rock'n'roll, ich liebe es total Egal wie schön's in allen Ländern ist Wir wollen wie gewohnt, wir wollen wieder sein Zuhause ist es doch immer alles schönste Denn zuhause ist zuhause So, pass auf, nächste Runde kaufe ich mir jetzt eine schrotte Flinte Oh mein Gott Kommen die Nova Und die CZ75 Auto Jetzt rock'n wir da alles weg Mad Max, ich hoffe du hast ne Brandgranate Oh, ist das laut Du bist wie so ein Parasek, ey Das war ein gutes Teamwork Ich tue dich folgen Au, au, au Au, au, au Von oben Au, au, au Schnell weg, da war einer oben Über uns Ja, Headshot Ja, Headshot David, von wegen Ich bin schlecht Ich hab bloß nichts, ich hab kein Headshot auf, das ist das Problem Wo ist die Bombe? Da sind Ersatzklamotten drin, falls ich mich einpinkel Ja, warte, 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 warte Alter, was ne Runde Wow, mit der Schrotflinte Wow Ho, 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 ho Duh, duh, duh Duh, duh, duh Oh, ho, 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 ho Hoh, ho, 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 ho Duh, duh, duh Untertitelung des ZDF, 2020